Und direkt nach dem Umzugleich und nach dem Verfahren Musikzug gewüstigt Bürgermeister Abrams, vorweg aber noch der Herzog Julius und seine Herzogin. Übrigens, heute macht es der Silas Siegfeld, der den Herzog Julius hier uns darbietet und seine Herzogin, das ist die Leona Nels. Und jetzt, gemeinsam werden Sie mit mir hier, direkt das Seils- und Lichterfest eröffnen. Casino Tanzflop Rotgold e.V. Großer Applaus, da sind Sie, auch alle heil angekommen, jawohl. Gleich nach der Eröffnungsrede wird uns auch der Tanzflop Rotgold hier noch etwas präsentieren auf der Bühne. Aber Sie alle haben gesehen, gehört, wer jetzt noch hinterhergekommen ist und hier gerade noch eingetroffen ist. Ich denke, wir haben dieses Mal richtig viel Glück, dass wir mit diesem Fest wieder zu der Normalität zurückkehren, wie wir sie auf Corona gehabt hatten. Die letzten drei, vier Jahre waren teilweise noch etwas angespannt gewesen. Aber heute, vor dieser grandionen Kulisse, bin ich sicher, dass es ein super Fest wird. Wer hier nicht irgendwo Gefallen findet, an irgendeiner Gude, an den vielen Ständen oder sonst was, ich glaube, der hat einfach kein Interesse. Interesse haben Sie vielleicht auch nicht an langen Reden. Deswegen möchte ich es erst einmal dabei bewenden lassen, erst einmal allen Teilnehmern zu danken, allen dieses Fest vorne und vor allem hintenrum organisieren. Von vielen sehen Sie nichts, aber es macht trotzdem Arbeit. Und denen gebührt natürlich der Dank, dass Sie es so vorbereitet haben, dass wir es heute mal so richtig krachen lassen können. Und dazu möchte ich Sie eigentlich ermuntern, alles andere ist angerichtet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich sage ganz einfach nur Glück auf für unsere Veranstaltung, für Bad Halsrich in der Zukunft. Vielen Dank an den Bürgermeister Herr Abrams. Ist das nicht ein schönes Bild? Einmal Herzog, Julius und Herzogin. Der eine, der Krono. Komm doch mal hier nach vorne. Ich muss das noch mal so ein bisschen würdigen. Ich meine, jeder hat hier in seinem Kostüm geschwitzt. Aber wie viele haben so einen Deckel auf dem Kopf und müssen da drunter jetzt hier stehen? Aber vielen Dank, dass du es machst. In dem Sinne werden wir jetzt die Bühne einmal wieder freigeben. Denn tatsächlich werden wir gleich mit dem Programm anfangen. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer, Zuhörer. Auf alle Fälle Zuschauer sieht hier links neben der Bühne schon etwas. Da steht dann Tanzclub. Ja, und zwar ist es der Casino Tanzsportclub, der hier etwas gleich darbieten wird. Und wir haben hier die große Freude, das zusammen genießen zu können. In dem Sinne, ich höre gerade, es kann losgehen. Und zwar wird es hier gleich geben, auf der Bühne, ein Wiener Walzer und noch mehr. Da kann man schon mal gut gespannt sein, ne? Eine kleine Wiener Walzer-Show nach dem Strauß Walzer an der schönen blauen Donau. Und ein Walzer mit Partnerwechsel. Ball-Sirenen. Also Ball und Sirenen. Aus der Operette, die lustige Witwe. Von Franz... Ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Leher? Leher. Franz Leher. Zeigen Paare vom Casino Tanzclub Rotgold e.V. Bad Harzburg. Lassen Sie sich verzaubern von den wunderschönen Walzerklängen und summen Sie kräftig mit. In dem Sinne, einen ganz großen Applaus. An den Casino Tanzsportclub. Schloss. 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 Applaus 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 Vielen Dank. 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 So haben wir die Möglichkeit. Was dafür denn jetzt in dem zweiten Part des Casino Tanzlubs Rotgold erwarten? Also ich habe hier mal so einen schlauen Zettel gekriegt. Nicht verpassen sollten. Seien Sie mit Ihren Sinnen dabei, der Countdown läuft. Grodo! 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 Ich würde sagen, Disco-Feeling, ne? Also einige erinnern sich bestimmt an die Zeit, wo man dann so richtig unterwegs war. Oder jetzt auch wieder, ne? Macht ja auch immer noch Spaß. Haben sie sehr gut präsentiert, ne? Macht ja auch so richtig gute Laune.